hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge material energy hypercubed paar minuten sind gerade für mich vergangen wir haben jetzt noch den unteren teil hier durch zu wursteln mal ganz kurz gucken das sieht alles noch halbwegs okay aus müsste man damit durchkommen außerdem will ich das noch möglichst weit bringen dass man das alles anzapfen kann und dass ich dann hier quasi abbauen kann er kennt das ja na also ich mache ja immer radikal cool oder mal vergessen ein bisschen auszuleuchten das ist natürlich nicht gut aber das holen wir jetzt einfach noch schnell nach ein bisschen quests haben wir das letzte mal erledigen können das ist ja wunderbar so und wahrscheinlich muss ich mir noch eine spitzhacke aus kobalt herstellen weil sonst habe ich nämlich ein problem keine sex nicht abbauen so schon mal ganz kurz hier runter geht es tief runter das sind ein paar böse buchen das heißt wir sollten uns hier vielleicht schräg durch die wand nach unten bullen so ein bisschen alles noch gut immer noch gut können wir uns mal umschauen ja da haben wir ein bisschen was da komme ich gerade nicht hin da hin komme ich so ein bisschen ausgeleuchtet können wir noch ein bisschen nach unten gehen da kommen sie mir ja gerade nicht entgegen ah legendary plus glaube ich 1 für das abgebot ich muss bloß ober geben dass ich nicht hier irgendwie in das pyro team das flüssige fall da steht aber noch so einiges darum hätte ich gesagt so haben wir hier eine fackel hinstellen so kann schon wieder weniger sparen na komm komm her komm her voll runter so pfeile habe ich zwischenzeitlich repariert das muss ich dazu sagen vielleicht mal unseren ausguck hier oh 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 da steht auch noch eine menge holz ok hm das muss ein bisschen rüber graben hat ich gesagt so machen wir hier dann davor sich selber aber wieder ein bisschen dicht dann das war das war ein bisschen zu nah da lang da lang bitte außerdem habe ich hier den halben weg nicht beleuchtet das ist aber gar nicht gut das ist gar nicht gut hierhin fackeln fackeln passt passt so dann können wir mal gucken und siehst du irgendwo eine fackel in zwischen setzen oder immer jawohl eine fackel so dann mal gucken noch dann können wir hier wende fackeln setzen dann beuteln wir uns mal hier noch ein stückchen weiter und beleuchten ich glaube mir gehen diesmal wieder meine fackeln aus aber egal ich glaube mir gehen diesmal wieder meine fackeln aus aber egal das ist aber gemein wie kann man ihn dann so so weg ist so weg ist und weiter hm was steht denn da hübscher kerl mit pilzigen füßen so hier steht gerade keiner da können wir dann leuchten sollen wir jetzt einfach mal rausgehen sollen wir einfach rausgehen ach ich trau mich immer nicht so ganz dass es trauen ist und nicht unbedingt das falsch ist genau wegen solchen kerlen hier so genau wegen solchen kerlen mag ich das nicht einfach so rausgehen aber buddeln wir uns einfach mal noch ein stückchen weiter hinten rum ok so hier ist geleuchtet ja sieht gut aus dann machen wir hier noch einen hier noch einen du hast eine kurze Zinsschnur wo bist du denn hin Hallo 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 Dankeschön für dein Herzkanister ich wüsste wieder zwei weniger oh wunderbar so da in die Mitte muss ich natürlich leider das ist auch blöd aber was tut eigentlich alles voll spannend hier sich ein bisschen durch den Boden zu basteln so schauen wir mal hier was haben wir denn da dance netherquartz nehmen wir noch gleich mal mit hier irgendwo einer ok da unten haben wir noch eine witch aber Spawner sehe ich jetzt hier gerade im Moment keine kommt der hier rein? nö ok dich in der Mitte blöd klaufen hätte ich gesagt so dann auch gleich hier wieder eine Fackel hin immer schön ausleuchten ich weiß nicht soll ich da wirklich mal raus? da steht nicht mehr ganz so viel ein Endlämme da drüben gehen wir mal ein bisschen nach oben ok gehen wir mal ein bisschen nach oben auch da siehts noch ruhig aus sehr schön so da kommt gerade einer der hat mich gesehen da kommt keiner da ist nicht mehr fliegen da ist nicht mehr fliegen so ich hab dich nicht angeguckt du brauchst mich gar nicht so zurück gucken so dann hier einmal drum rum ah sag doch was für eine krummste Mensch ich hätte auch Geschenke mitgebracht ich muss sagen so komm her entschuldigung wenn ich ein bisschen leiser bin und ein bisschen ruhiger bis ich nicht so viel sage aber das ist heute mal wieder schwerwiegende Höchstleistung und Konzentration wegen solchen Kerlen hier kommen keine nein gut du läufst falsch so weg da oben noch einer hm seh grad keinen steh ich schon wieder im Feuer hier oder was her da oben noch was hübsches komm her ja ist ja gut jetzt so hab ich es eingesammelt ja hab ich ok da steht noch einer in der Höhe beleuchten beleuchten weitergehen beleuchten das ist immer wieder dasselbe Spielchen so wenn die um die Ecke kommt dann ist gut na welche Ecke die Ecke gut ok da haben wir noch jede Menge von diesen alten Blöcken aber das war ein bisschen den Weg frei dann kloppt man die ganze ein bisschen das zur Wand hier raus eigentlich will ich nämlich noch eine Sache erreichen dass wir nämlich die Wolle haben so und dazu sollten wir hier noch ein bisschen leuchten so da haben wir noch oben zu so und ich will einfach nur mal hier die Gegend ein bisschen sicherer machen ein bisschen ganz sicher muss es ja nicht sein wir sind ja gut geschützt eigentlich ne ja ist gut komm her so da rauf komm her rauf komm her nachklettern tut uns keiner so du auch komm her so weiter immer schön beleuchten da ist noch jemand der was von mir will so wenn wir hier die erste Runde quasi gedreht haben und überall ein bisschen ausgeleuchtet haben können wir eigentlich uns an die Wolle machen so grob zumindest ausgeleuchtet hundertprozentig ausgeleuchtet hier kriegt man den Bereich sowieso nicht es ist eine Illusion sag ich mal so ja ist ja gut du kriegst auch noch den Fehler so zack weg mit dir haben wir dich so auch hier nochmal eine Leuchte rein und haben wir eine Runde gedreht haben wir eine Runde gedreht so jetzt steht noch rum da drüben stehen noch zwei Creeper da steht noch ein Creeper die mich ehrlich gesagt nicht ganz so eng sticken da steht noch ein Creeper gut da dann schauen wir mal da runter hier ist ein bisschen blöd hm solange da aber keiner da ist nur das Zeugs hier ist ein bisschen gefährlich da kann man nämlich gleich mal ein bisschen Flammen fangen so da , uhuhu uiuiuiuiuiui ah das hätte ins Auge gehen können noch einer hinter mir nein nein sieht doch alles gut beleuchtet aus und da haben wir die wolle die wollen so nachdem es hier schon relativ früh ist hätte ich gesagt ich werde mich ein bisschen darum kümmern hier noch ein bisschen abzubauen ja die paar creeper die klappt immer glaube ich dass ich die weg kriegt das sind das man ja zwei moment was haben wir denn hier ok alles klar da steht noch ein böser da muss man wo kommt man da raus ich will raus hier war das hier irgendwo kloppen uns nach oben wieder weg so werden wir hier halbwegs gut stehen sag ich mal schauen wir mal aldurite kann man zu aldurite ingots machen und die kann man pulverizieren dazu dann kann man das da inolachid genau inolachid das kann man herstellen und daraus kann man dann herstellen inolachid in gotts oder kann man dann damit das und das und waffen herstellen das sieht doch gut aus inolachid wahrscheinlich ist die rüstung wieder mal besser wie das was ich anhabe die boots 390 hat 390 nö eigentlich nicht eigentlich nicht interessant naja gut was heißt es sei es drum würde aber sagen ich habe jetzt keine ahnung wie lange die aufnahme war spielt auch keine rolle wir haben auf jeden fall unsere wolle oder gehen wir mal nach oben gehen wir mal nach oben kommen gehen wir nach oben schauen wir uns das ist das ergebnis unserer arbeitern so wiequeme treppen nach oben so weil an cobblestone mangelt es uns ja glücklicherweise nicht da ist die decke im weg dann machen wir uns dann mal die decke weg so was arbeitet uns hier auch nichts mehr kann man ja ruhig rausgehen sondern was ich gerade mal ausprobieren wollte genau wenn ich nämlich schon mal da bin das dürfte natürlich nicht gehen doch das geht warum geht das ok dann nehmen wir uns das auch gleich mit aber nicht hier runter springen nein warum nicht glaube ich jetzt was das geht eigentlich also laut theorie sag ich mal sollte das eigentlich nicht gehen aber grau ist aller theorie super bist du runter gefahren oder was hab ich dich jetzt ich habe auch kein koppelstern mehr dann gehen wir hier mal weiter nach oben du kannst nach oben das passt so haben wir das hier noch ein paar cubes wegnehmen ja ist gut ja ist gut weg mit euch klappt doch eigentlich ganz gut also ich hätte gedacht wir haben hier mehr schwierigkeiten aber ich bin ja froh drum dass es nicht ganz so viele schwierigkeiten gibt nicht ist ja nicht so dass ich auch mal froh bin über eine kleinigkeit so dann einmal mampfen einmal hier drücken dann haben wir hier nämlich ähm 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 wir hatten auch gerade eine Wolle bekommen gibt es hier keine mehr completed lost souls mhm 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 hat aber noch mal ein bisschen soul set das ist nicht das wichtige wer braucht denn eigentlich closedern hatten wir schon welche Wolle hat man denn jetzt eigentlich gerade bekommen die amberwool das war das hier unten ok da müssen wir hier noch ein bisschen was drumrum machen glaube ich ach und wir brauchen noch witchwater 10 einmal naja gut ok ähm bisschen witchwater bisschen soul sand bisschen 5 wither skeleton skulls kriegen wir auf jeden Fall reinforced obsidian das bedeutet darauf hin dass wir einen wither dann auch töten müssen ich aber auch nicht das Problem meine lünen können wir uns jetzt herstellen brauchen wir 5 ingots boah das kriegen wir hin meine lünen wobei wir gucken mal ganz kurz 24 ardite ach das sind ticonstruct blocks kann man das schmelzen ja geht geht 650 grad ardite wunderbar kommen 4 kommen 432 raus das sind auch 3 ingots das sind auch 3 ingots da liegt noch der rest von den emeralds drin ähm einen und dann brauchen wir noch kobalt 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 ich wiederhole mich ich weiß kobalt da 3 wir brauchen 3 und das geht das nicht so packen wir mal die 3 noch gleich mit rein dann holen wir uns hier mal den ingot cast so und dann schauen wir nochmal wir brauchen bei meine lünen 5 ingots kriegen einen meine lünen block und reward bags ok und dann sollten wir uns noch ein bisschen witch water besorgen wie gesagt das waren 10 eimer eimer hab ich doch am mann mit lava gefüllt ok so lava können wir den wieder zurückfüllen ne können wir gerade nicht mist verdammt ah ärger so packen wir den da rein dann brauchen wir einen mukit einen und dann brauchen wir noch einen tank hm haben wir keinen da haben wir keinen da gar nicht und da hinten nein ja warten gut 32 passt dann müssen wir das gleich noch mal zurück aber ist auch kein problem machen wir einfach mal schnell ein bisschen witch water abfüllen gehen wir den etwas kürzeren Weg ach ja und welche welche soul sense brauchen wir denn noch mal gucken color soul sense red und 20 normalen soul sense das heißt wir brauchen hier noch dann brauchen wir das halt mal alles noch schnell ab ja wer knurrt den hier schon wieder hm hm oh das ist der soul sense der die geräusche macht könnte natürlich auch sein ne weiß man nicht so wie viel haben wir 20 red color soul sense red frequency color soul sense red frequency 3 ach 30 oh gott das 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so haben wir die machen wir gleich wieder leuchte rein wo ist er denn da ist er danke für deinen schlemm ja kommt ja kommt her guck mal schnell rein genau und dann brauchen wir noch 20 normalen soul sense dann 20 20 ok noch einer gut dann bauen wir jetzt einfach hier noch ein bisschen was ab 2 2 3 4 5 6 7 und die müssten wir glaube ich wieder 8 9 theoretisch umwandeln können aber gleich sehen gut 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 ansonsten ah deswegen ok deswegen da sind wir noch spawner drin versteckt naja gut so weg so darf ich jetzt mal ganz kurz gucken so colored soul sense ja ich wusste es decompressor 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 hm brauchen wir echt wieder muss ich den zerlegen oder zusammenbauen oder wie und aus kobalt nitraten machen wir dann doch hoffentlich wieder soul sense oder magenta wohl nö hm ok irgendwo muss es hier noch soul sense geben ansonsten müssen wir uns den herstellen hab ich den hab ich den irgendwie gesehen gib mir gib mir mein ektoplasma ektoplasma da war keiner wow ja ist ja gut verschwind da oben war keiner wo war denn da einer wo war denn da einer war da einer irgendwo nächster brick und hier quer drüber quer drüber 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 ah klar du auch weg dann filme hier mal ja ist ja gut dann filme hier einfach mal schnell um es könnte auch sein dass ich soul sense theoretisch sogar schon mal habe aber egal hab ich den schlüssel ich hab keinen schlüssel dabei ach man lauf erstmal zurück ja noch einer nein ich hab keinen schlüssel dabei ist sowas doofes aber auch naja ich hab keinen schlüssel dabei ist sowas doofes aber auch laufen halt nochmal zurück und holen den schlüssel oder ich baue mal gleich mal aufzüge wäre auch nicht schlechte idee naja so komm laufen wir haben es heute ein bisschen eilig wir wollen ja auch fertig werden ach ja soul sense kriegt man auch noch anders ja richtig dazu brauchen wir ja bloß das witch water so und da war noch der schlüssel drin ich hab keinen platz da 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 Da, da und weg und weg. So, jetzt brauchen wir den Schlüssel. So, da man. Das Questbuch sollte ich nicht so weit weglegen, weil ich müsste gleich nochmal nachgucken, wie viel das war. Und den Soulcent zeige ich euch auch gleich noch, wie man den macht. Kriegen wir alles. Hallo. Komm mal runter. Jetzt habe ich nichts mehr zum Hubhorn. Egal. Egal. Schauen wir mal, was da oben noch alles rumliegt. Könnten die ja mal wieder Kisten sein, nicht? Mal weiß es hier nicht gucken, kostet ja nichts, ne? So. Gut. Okay. Kisten sehe ich jetzt hier keine. Das hier war ein Fall von mir. Sehr gut. Den können wir brauchen. Noch einer? Äh, okay. Sammeln wir sie halt mal wieder mit ein. Verschwind. Du interessierst mich nicht. Du auch nicht. Mann, die Dinge sind echt nervig. Und nicht in das Witchwater fallen. Ja, irgendwo einer? Nein. So. Dann stellen wir mal unsere hier hin. Und dann sammeln wir mal ein bisschen Witchwater. Eins. Äh, das war natürlich komplett falsch. So. Immer schön reinfilmen. Also geht denn da rein? Oh, da geht einiges rein, glaube ich. Äh, äh, da haben wir noch einen. Weil das Witchwater brauchen wir natürlich gleich nochmal. Da wäre die Pumpe natürlich keine Zukunft gewesen, aber egal. Da rein. Da rein. Da drauf. Das haben wir drin. 19. Weg. So. Waren wir hier. Äh, gleich wieder weg. So. Mit Shift kann man da nämlich nicht reinfüllen. Da sieht man sowas schön. So. Da geht noch ein bisschen was. Da geht noch einer. Da geht noch einer. Ja, Witchwater ist eigentlich ein total ekelhaftes Zeug, muss ich sagen. Gefällt mir gar nicht. Aber. Wir sollen es halt nur hier sammeln. So. Und was uns gesagt wird, machen wir halt auch mal. Hm. Manchmal. Okay. So. Und noch einen. Dann haben wir das Ding voll. Jawohl. So. Haben wir es mit Witchwater. Da. Darauf muss ich leider anders. Aber das macht mir jetzt auch nichts. Außerdem das Ardit muss ich noch mitnehmen. Und das sind, sag ich mal, jetzt auch nur noch Sachen. Ha, die sind nicht unbedingt spannend, nicht? Und unten haben wir auch schon freigeräumt. Das ist also auch nicht so schlimm. Da kann ich dann nämlich noch ein bisschen das Pyrotheum absaugen. Hier war einfach nur wichtig. Ja, hallo. Nochmal Magma Cream? Jawohl. Komm her. Ich sammle noch Magma Creamer. Nein, eigentlich nicht. Aber wurscht. So. Komm her. Und jetzt müssen wir uns nämlich noch eine Kleinigkeit machen. Punkt Nummer 1. Wir müssen das QED mit der entsprechenden Menge befüllen. So. Da haben wir hinten nämlich ein Quest Delivery System hier noch irgendwo rumliegen. Da. Nein, da. Nein, da. Da. Machen wir eins. So. Und. Den Knochen da oben hin. Da ist es. Harden Potable Tank. So. Dicht da drauf. Dicht da drauf. Input Mode. Dann zuerst die Quest auswählen. Dann Witchwater. 18 Buckets. Tatsächlich Buckets? Wie dämlich. Okay. Ist wurscht. Ist wurscht. Wir machen es einfach. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen Iron. Iron. So. Dann gehen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So. Zehn. Gut. 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 Jetzt haben wir Claim. Können wir haben. Necrotic Bones. Bones. Ach. Was haben wir denn wieder für eine? Eine Good Reward Bag. Naja. Flimmed the Round Shield. Ähm. Gut. Ist super wichtig. So. Haben wir das. So. Jetzt brauchen wir noch irgendein. Wir brauchen eine Barrel. Haben wir noch eine Barrel? Nein. Haben wir nicht. Oak. Haben wir. Gut. Weil dann brauchen wir. So. Das war doch glaube ich so. Und so. Und so. Genau. Eine Oak Barrel. Wunderbar. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Sand. Haben wir auch. Dann gehen wir nämlich die Quests auch gleich noch ab. So. Das stellen wir einfach mal da hinten hin. Das machen wir noch manuell. Das sind ja. Waren ja gar nicht so viele oder? Wie viele waren das? Wie viele Soulsend waren das was ihr wolltet? 20. Naja das geht ja. Äh. Interessant wäre dann natürlich. Ob das geht. Das geht. Das geht. Es regnet Soulsend. So. Beflammer. 21. Ja. Einmal bist du nicht ausgeschlossen. Aber egal. So. Claim. Soul Fragment und Soul Reel. Okay. So. Dann gehen wir nochmal zurück. Jetzt können wir die Ember Rule abgeben. Da gibt es aber keine neue. Blazing Piroteo müssen wir noch 5 einmal abholen. Ja gut. Und dann haben wir hier unten noch ein bisschen so Kleinkram und ein bisschen so Wither Skeletten und solche Geschichten. Da müssen wir noch ein bisschen was zu uns überlegen. Ich hätte gesagt, wir gießen jetzt mal noch ganz kurz das Manü. Die 5 Ingots. Die eigentlich auch fertig sein müssen. 3. Mist. Weiter hier ergeben das 1 zu 1. Ähm. Wir brauchen tatsächlich 5 Kobalt. Habe ich jetzt hier nicht mehr so. Oder? Ich hatte ja noch jede mehr Kobalt eigentlich hergestellt. Na. Ihr wisst ja was. Das machen wir das nächste Mal. Ich gieße jetzt einfach mal das hier. Das geht nicht. So. Ein Ingot. Und noch ein Ingot. Und noch ein Ingot. So. Ich hätte aber gesagt. Na. Falls euch die Folge gefallen hat. Dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Ein Like. Ein Plus 1. Könnt ihr euch auch gerne Kommentare schreiben. Lese ich gerne. Beantworte ich gerne. Ähm. Überhaupt kein Thema. Ansonsten würde ich sagen. Habt noch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.